Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Frau Professorin Krüger, sehr geehrte Frau Dr. Bürger, sehr geehrter Herr Professor Guafu, sehr geehrter Herr Professor Eckert, sehr geehrter Herr Agiger, liebe verehrte Gäste. Im Namen der Volkswagen Stiftung heiße ich Sie ganz herzlich willkommen hier im Explanatorium Herrenhausen zu unserem ersten Forum für Zeitgeschehen in diesem Jahr. Wir starten dieses neue Jahr mit einem Blick nach Afrika. Die Volkswagen Stiftung führt sich dem afrikanischen Kontinent in vielerlei Hinsicht sehr verbunden. 2003 startete sie ihre groß angelegte Förderinitiative Wissen für Morgen kooperative Forschungsvorhaben im subsaharischen Afrika. Bis 2008 wurden im Rahmen dieser Initiative 17 Projekte mit einem Volumen von 7,5 Millionen Euro gefördert. Ein besonderer Fokus wird seit 2008 vor allem auch auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vor Ort gelegt. Mit ihrem nunmehr aber auslaufenden Postdoc-Programm für afrikanische Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler hat die Volkswagen Stiftung neben vielen anderen internationalen Akteuren hoffentlich spürbar zum Capacity Building und zum Aufbau eigener und Ausbau Forschungsinfrastrukturen in Afrika beigetragen und insgesamt hat sie 100 Nachwuchswissenschaftler aus 20 Ländern Subsahara-Afrikas unterstützt. In der Initiative insgesamt, also seit 2003, hat sie 53 Millionen Euro für ihre Afrika-Förderung bereitgestellt. Aktuell bewegen wir uns aber von einer struktur- und personenbezogenen Förderung hin zu thematischen Ausschreibungen im großen Feld aktueller globaler Herausforderungen. Im Zentrum unserer jüngsten Ausschreibung stehen Forschungsarbeiten, die unterschiedliche Perspektiven zu Erbe und Wandel zu integrieren suchen. Denn unser kulturelles Erbe, also der ideelle Besitz der gesamten Menschheit, ist vielfältigen Wandlungsprozessen unterworfen. Diese Wandlungsprozesse können Ergebnis politischer Veränderung sein, aber auch Folge ökologischer Veränderung oder technischer Neuerung. Mit den Stichworten Erbe und Wandel sind wir dann auch inhaltlich im Hier und Jetzt des Abends angekommen. Das heutige Herrenhäuser Forum Europas koloniales Erbe in Afrika ist zugleich der erste Teil einer Doppelveranstaltung, die genau in vier Wochen hier an dieser Stelle weitergeht mit einer Diskussion zum Thema afrikanisches Kulturerbe in europäischen Museen. Der heutige Abend wird das Thema Entwendung und Restitution von Kulturgütern daher nur streifen. Er bereitet aber gleichsam den historischen Hintergrund für die derzeit in allen westlichen Ländern mit kolonialer Vergangenheit geführten Debatte. Also merken Sie sich gerne den 25. Februar zur Wiederaufnahme der heute hier diskutierten Themen vor. Die Reihe Forum für Zeitgeschehen hat sich zum Ziel gesetzt, jeweils aus aktuellem Anlass historische Ereignisse aufzugreifen und deren Bedeutung für Gegenwart und Zukunft zu diskutieren. Das Jahr 1990 erschien für viele Staaten Afrikas wie das Versprechen auf eine bessere Zukunft. Vor 60 Jahren wurden 17 ehemalige Kolonien in Afrika selbstständig. Bis 1960 waren viele europäische Länder an der gewaltsamen Kolonialisierung Afrikas beteiligt, darunter auch das Deutsche Kaiserreich mit seinen bis 1919 verwalteten Kolonien auf den heutigen Staatsgebieten von Namibia, Togo, Tansania und Kamerun. Die Begründung dieses europäischen Hegemonialanspruchs war das Ergebnis eines missionarischen Weltmachtsdenkens, das sich in Gewalt und Repression gegen die einheimischen Bevölkerungsgruppen Bahn brach. In Europa und Afrika wirkt die Kolonialzeit noch immer stark nach und ist in vielen Fällen auch noch gar nicht zu Ende. Das zeigt auch die Tatsache, dass eine detaillierte Aufarbeitung zum Beispiel der deutschen Kolonialgeschichte erst seit Ende des 20. Jahrhunderts so richtig in Gang kommt. Die Klage gegenüber der BAD aus dem letzten Jahr und die lange Debatte, ob die Massaker an den Hereronama als Völkermord anerkannt werden sollen, sind nur ein Beispiel dafür. Welche Ideen und politischen Ziele führten zur Kolonialisierung Afrikas? Welche Auswirkungen hat die Dekolonisation auf das internationale System und die Weltwirtschaft? Und wie sollte Europa mit seiner kolonialen Vergangenheit umgehen? Ich überlasse den Platz am Mikrofon, dann im Anschluss gleich René Agiger von Deutschlandkultur, der die Diskussion im Anschluss an die vor kurzen Statements moderieren wird. Da vielleicht ein Einschub an dieser Stelle, viele wissen es, die Kooperation mit Deutschlandkultur, über die wir uns sehr freuen, weil sie am kommenden Freitag in der Senderei um Wortwechsel um 18.05 Uhr die Diskussion nochmal nachhören können. Also diese Diskussion bedingt es, dass wir die Statements nicht in die Sendung übernehmen können. Also sie werden vorweggeschaltet und es gibt keinen Bezug in der Diskussion auf diese Statements. Dazu kann es zu ein paar Doppelungen führen, aber wir versuchen die natürlich zu vermeiden. Das heißt, wir starten zunächst mit den Eingangsstatements und beginnen mit Professor Gesine Krüger. Sie ist Professorin für Geschichte der Neuzeit mit dem Schwerpunkt Afrika und an der Universität Zürich und finde ich ganz passend ist, dass sie eigentlich den Bogen zurückschlägt nach Hannover, wo es hier natürlich Forschung gibt zu diesem Bereich, der durchaus ausschlaggebend war oder Anstoß und Impuls für die weitere Debatte. Da muss ich ganz neugierig fragen. Damit, Helmut Blei, sind Sie hier, Herr Blei? Schön, dass Sie da sind. Also, Frau Krüger, wir freuen uns auf Ihr erstes Statement. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist wirklich beeindruckend, wie groß das Publikum inzwischen bei Veranstaltungen zur Frage von Kolonialismus und kolonialem Erbe in Afrika ist. Wenn es hier in Hannover und auf Einladung der Volkswagen Stiftung um Kolonialismus und Afrika geht, muss eben als erstes der Name Helmut Blei fallen. Er war seit 1976 nach zwei Jahren an der Universität von Dar es Salaam in Tansania Professor für Geschichte und besonders die Geschichte Afrikas hier in Hannover. Und in seiner Zeit hat er eine neue Kolonialgeschichtsschreibung begründet, die von Afrika her denkt, also nicht nur versucht hat, die Perspektive deutscher Beamter und Offiziere, die deutschen Interessen zu untersuchen, sondern aus den kolonialen Quellen durch ein Lesen gegen den Strich, wie es heißt, die afrikanische Seite zu rekonstruieren und neue Quellen, neue Archive zu erschließen. Das hat sich auch auf seine Lehre ausgewirkt und wir, seine damaligen Studierenden, mussten bzw. durften alle ein Jahr lang an Universitäten in Afrika studieren. Wir kamen also früh mit afrikanischen Archiven, Intellektuellen und Professoren in Kontakt. Da hat man dann nicht Mitleid mit dem Kontinent, sondern man schwitzt für Prüfungen. Helmut Blei hat auch bereits 1968 und Horst Drexler 1966 in der DDR die deutsche Kolonialherrschaft in Südwestafrika akribisch untersucht und hier vor 52 Jahren die These vom Genozid, dessen Gewalt Rückwirkungen auf das Deutsche Reich hatte, belegt. Seitdem sind zahlreiche, um nicht zu sagen zahllose, weitere wissenschaftliche Untersuchungen, Hausarbeiten, Doktorarbeiten, Paper, Habilitationen erschienen, aber auch Romane, Theaterstücke und Publikumsbücher sowie Ausstellungen zum Thema. Und auch Bleis Arbeit fand nicht im stillen Kämmerlein statt. Er war Politikberater, aktiv im Kontext der Anti-Apartheid-Arbeit, hat zum Beispiel die Wahlen in Namibia beobachtet und in vielfacher Weise zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Afrika beigetragen. Natürlich muss auch Leonard Harding in Hamburg genannt sein. Die beiden haben eine ganze Generation von Afrika-Historikerinnen und Historikern ausgebildet. Wir beide gehören dazu, Kirsten Rüther in Wien, Brigitte Rheinwald hier in Hannover und viele andere. All das wird ein wenig vergessen, wenn heute die Kolonialgeschichte neu entdeckt wird. Das Schlagwort von der kolonialen Amnesie bekommt dann eine neue Bedeutung, eine ganz andere Bedeutung. Es betrifft sowohl die wichtige Arbeit der Aktivistinnen und Aktivisten, die allerdings gelegentlich etwas geschichtsvergessener herkommt. Schlimmer aber, dass nun namhafte Professoren wie der Politologe Bruce Gilley, der war ja auf Einladung der AfD-Fraktion in Berlin, oder der Theologe Nigel Bigger, ohne jegliche Expertise für die Geschichte Afrikas oder die Kolonialgeschichte so tun, als müsse man nun endlich einmal objektiv und unvoreingenommen die Kolonialgeschichte untersuchen. Bevor also Positionen pro und kontra koloniale Schuld oder Rückgabe von Kulturgütern formuliert werden, lohnt sich ein Blick in die universitäre Forschung, die bereits geleistet worden ist. Allerdings, wir sind ja eben nicht in einer Universität, stellt sich sowohl ein Vermittlungsauftrag. Wir versuchen das zum Beispiel mit unserem Online-Journal Geschichte der Gegenwart zu leisten, wo immer wieder Artikel zur Geschichte Afrikas erscheinen. Es geht also nicht so sehr darum, den Kolonialismus erst einmal zu erforschen und das koloniale Erbe in Afrika, das wird seit nunmehr einem halben Jahrhundert international und eben auch hier in Deutschland getan, sondern darüber öffentlich zu debattieren, was wir ja auch heute hier tun. Dabei ist paradoxerweise gerade Namibia und hier besonders der Völkermord der Fall also, an dem sich die Debatte entzündet hat, das wohl am besten erforschte Thema der deutschen Kolonialgeschichte. Die andere Seite des Vermittlungsauftrags sind Neugierde und Fragen auf Seiten des Publikums, der Öffentlichkeit und der Politik. Häufig aber lässt sich beobachten, dass beim Thema Afrika alle schon alles wissen oder man entschuldigt sich, weil man nichts weiß. Zwei merkwürdige Haltungen, die bei anderen Themen so nicht zu beobachten sind. Tatsächlich besteht die Gefahr, dass Wissen gerade dann verschwindet, wenn das öffentliche Interesse groß wird. So werden einige wenige Formeln wiederholt, um Gewissheit zu haben. Wir Deutschen haben den ersten Völkermord begangen. Das ist nicht aufgearbeitet worden. Heute gibt es daher Forderungen nach Wiedergutmachung. Alles richtig, aber so einfach ist es eben nicht. Ich möchte daher mit dem Plädoyer zunächst schließen, von meinem kurzen Statement, sich für die ganze Geschichte Afrikas zu interessieren. Nicht nur für die Kolonialzeit, nicht nur für die deutschen Akteure. Helmut Blei hat gezeigt, auch in von der Volkswagen Stiftung geförderten Forschungsprojekten, wie die Frage nach der kolonialen Vergangenheit zum Ausgangspunkt einer neuen Postkolonialen, nämlich auch afrikanischen Geschichte werden kann. Eine Geschichte, die sich nicht mit der Schuldfrage begnügt, sondern diese Schuld geradezu als Auftrag versteht, Kolonialgeschichte als afrikanische Geschichte zu schreiben. Nun sollen und müssen Sie natürlich keine akademischen Texte lesen, aber Sie können zu Forscherinnen und Forschern werden, indem Sie zum Beispiel afrikanische Literatur, afrikanische Romane lesen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Krüer, für diese Wegbereitung und für diese deutsche oder europäische Forschungsperspektive. Natürlich ist es spannend, dass wir nicht nur unter uns Europäern so diskutieren, sondern dass wir die andere, die afrikanische Perspektive, unmittelbar in unsere aktuellen Diskussionen mit einbringen. Deshalb freue ich mich umso mehr, das den langen Weg auf sich genommen hat, Professor Albert Guafo. Er ist Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft sowie interkulturelle Kommunikation an der Universität of Jiang in Kamerun. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind und bin gespannt auf Ihr Statement. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Oberling, für die Vorstellung. Ich möchte mich zunächst einmal auch bei der Volkswagen Stiftung bedanken für die grüßige Einladung. Ich komme immer gern nach Hannover, wenn ich angeladen bin. Es ist eine große Ehre und Freude zugleich, bei der Gestaltung dieses Abends mitwirken zu dürfen. Also ich habe eine Kennbotschaft zu dieser Podium-Diskussion und die Kennbotschaft lautet, dass der Kolonialismus eigentlich keine philanthropische Arbeit gewesen ist. Das war ein System der wirtschaftlichen Ausbeutung und der Gewaltherrschaft, von dem Europa profitiert hat und immer noch weiter profitiert. Und ich möchte dieses Statement in drei Teilen artikulieren. Vor allem möchte ich auf die abschließenden Fragen, die Frau Ebeling in ihrer Einführung gestellt hat. Und zwar, welche waren die politischen Ideen oder Ziele der Kolonisation? Wie hat Afrika gegen diese Kolonisation gewehrt? Und wie kann Europa heute mit dieser Kolonialgeschichte umgehen? Natürlich aus meiner Perspektive. Also Imperialismus und Kolonialismus waren die Beweggründe, die zur Kolonisation geführt haben. Nationengründungen und die industrielle Revolution in Europa führten zur Konkurrenz untereinander und zum Traum vom Weltreich. Afrika und Asien und Teile Chinas wurden als Tummelplatz nationalistischer Ideologien und kolonialer Sehnsüchte behandelt. Voraussetzung jedes kolonialen Weltreichanspruchs war die militärische Infrastruktur, zum Beispiel die Flotte. Jenseits des humanistischen Zivilisationsdiskurses standen die Siedlungsflächen für die eigene potenzielle Überbevölkerung, Rohstoffquälen für die blühende Industrie und Absatzmärkte für die Fertigprodukte aus der Industrie. Die kolonisierten Nationen Afrikas haben nie die Kolonisation als Unrechtssystem und grobe Verletzung von Menschenrechten hingenommen, obwohl sie militärisch unterlegen waren. Dies geschah in Form von Kolonialkriegen, die in Europa und besonders in Deutschland in der Öffentlichkeit als Aufstände herabgestuft worden sind. Kameruner haben Petitionen im Reichstag eingereicht, um sich über koloniale Missstände zu bewähren. In der Weimarer Republik haben sich Afrikaner im Kontext der kommunistischen Bewegungen um Selbstbestimmung bemüht. Die afrikanische Diaspora heute setzt diesen Kampf um Respekt von Menschenrechten fort. Diese Initiativen haben europaweit Respekt und positives Eschow gehabt. Europa besitzt nicht mehr allein wie in der Kolonialzeit das Mikrofon und zeigt der Welt, wie es lang geht. Und wenn es auch das Mikrofon weiter behalten will, übt seine Rhetorik keine Einflüsse mehr auf Europas ehemalige, nunmehr selbstbewusste, in Einführungszeichen, untertanen. Wie soll Europa mit seiner Kolonialvergangenheit umgehen? Europa muss verstehen, dass Kolonialgeschichte nicht nur eine Geschichte der Afrikaner ist, sondern auch seine eigene Geschichte. Kolonialismus ist ein wechselseitiger Prozess gewesen und Europa muss sich deshalb dekolonisieren. Und ich stelle mir das auf vier Ebenen vor. Wirtschaftlich. Es gibt Universitätsdisziplinen, die ohne Kolonialismus nicht hätte entstehen können, zumindest in ihren Strukturen. Ich nenne zum Beispiel die Ethnologie oder die Afrikanistik. Institutionell. Zu den Strukturen des strukturellen Rassismus gehören ethnologische und Völkerkundemuseen, Naturkundemuseen auch, sowie zoologische Gärten. Eine grundlegende Diskussion über diese Institutionen muss geführt werden. Das Gleiche gilt auch für die Straßen und Benennung im Raum oder für die Architektur, die aus dieser Zeit herkommt. Der Kampf gegen rassistische Vorurteile kann nur durch eine starke Partizipation von europäischen Bürgern afrikanischer Herkunft gewährleistet werden. Wie viele Universitätsprofessoren gibt es? Fernsehjournalisten, Unternehmensleiter aus dieser Minderheit in Europa beziehungsweise in Deutschland, die eigentlich dieses Stereotyp des Unterlegenen und des Unfähigen oder des Taugenics vielleicht gegen den Strich lesen kann. Ich muss auch daran erinnern, dass Auswanderer waren Europäer auch. Ich meine, im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts das heißt, die Migration und Flüchtlingspolitik als Folge von Kolonialismus muss neu gedacht werden. Die Frage ist, wie kann Europa das wieder gut machen, was also offiziell seit 1884 zerstört worden ist. Das ist die große Herausforderung. Ich glaube, ich bleibe zunächst mal hier aufstehen und komme noch auf weitere Wortmeldungen zurück und übergebe dann das Wort, das Mikrofon. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Guafo. Das waren gleich etliche spannende Aspekte, in die wir später vielleicht vertiefend eintauchen können, insbesondere der Gedanke der Dekolonialisierung Europas. Darüber sollten wir sicherlich auch vertiefend sprechen. Jetzt kommt wieder ein kleiner Perspektivenwechsel und nehmen wir mal in den Blick die Erinnerungskultur, wie sie hier irgendwie betrieben wird oder wie sie sich in unseren Museen abbildet. Ich freue mich da sehr, heute Abend als Gast zu begrüßen, Dr. Christiane Bürger, die Kuratorin ist der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung in Europa. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für Ihr Interesse, heute Abend bei uns zu sein. 150 Millionen Jahre alt, 13 Meter hoch und 23 Meter lang. Der Giraffatitan Brankai, das größte montierte Dinosaurierskelett der Welt, empfängt Besucherinnen im Lichthof des Berliner Naturkundemuseums. Er stammt aus einer Expedition, die zwischen 1909 und 1913, also in der Hochphase des kolonialen Projekts, im heutigen Tansania stattfand. Unter welchen Umständen die Dinosaurierknochen in die Sammlung kamen, wird bislang in der Texttafel nicht erklärt. Der koloniale Kontext findet keine Erwähnung. Und das, obgleich die Tendanguru-Expedition, die unter anderem diesen paläontologischen Sensationsfund nach Berlin brachte, in den letzten Jahren intensiv und kritisch für ein breites Publikum erforscht wurde. Es gibt sogar ein Kinderbuch, das sich dem Thema widmet. Die unrechtmäßige Erwerbsgeschichte der Sammlung wird aufgearbeitet. Und nicht nur in Tansania wird also die Frage gestellt, wem die Dinosaurierknochen eigentlich gehören. Wie schlimm wäre es für das Publikum, fragt etwa Benedikt Savoy in ihrem Restitutionsbericht, wenn die Originalknochen wieder in unmittelbarer Nähe zu ihrer Fundstelle zurückgingen. Sie rückte damit den Brachiosaurus vehement ins Licht der Restitutionsdebatte. Drei weitere Orte in Berlin, Sie merken, ich bin aus Berlin angereist, mögen exemplarisch den Umgang mit der Kolonialgeschichte veranschaulichen. Nicht weit vom Naturkundemuseum entfernt liegt das Humboldt-Forum, das in den letzten Jahren geradezu zum Symbol eines diskussionswürdigen Umgangs mit kolonialen und postkolonialen Sammlungs- und Ausstellungspraktiken wurde. Es darf an dieser Stelle gewissermaßen nicht fehlen. Ob im wiedererbauten Hohenzollernschloss mit dem Humboldt-Forum eine eurozentrische und restaurative Ausstellung zu sehen sein wird, wie Kritikerinnen schon jetzt bemängeln, wird sich bald zeigen. Eine oder vielleicht sogar seine wichtigste Funktion hat das Humboldt-Forum meines Erachtens jedoch bereits unintendiert erfüllt. In den letzten Jahren wurde gestritten. Über eurozentrische Weltbilder und Deutungsmonopole, über Sammlungen, Ausstellungspraktikungen, die Verortung des Kolonialismus und die historische Verantwortung der Bundesrepublik. Wollte ich auf dem Weg nach Hause noch eine Freundin im Wedding besuchen, dann würde mich mein Weg vielleicht vorbei an der Mohrenstraße ins afrikanische Viertel führen. Mit der Petersallee, dem Nachtigallplatz oder der Lüderitzstraße wird dort apologetisch an die deutsche Kolonialzeit erinnert. Allerdings nicht mehr lange. Denn die Straßenumbenennung ist nach einer Dekade des Streits fast zu ihrem Abschluss gekommen. Neue Namen. Anna Mungunda-Allee, Maji Maji-Allee, Mangabellplatz und Cornelius-Fredericks-Straße sind längst beschlossen. Doch die Meinungen sind in der Politik und der Anwohnerschaft gespalten. Während einige sich über unnötige politische Correctness oder gar eine linksgrüne Gesinnungsdiktatur echauffieren und eine Umsetzung der Namensänderung per Widerspruchsverfahren verhindern wollen, sehen andere Gruppen in der Umbenennung ein längst überfälliges erinnerungspolitisches Zeichen. Eventuell würde ich noch am Garnisonsfriedhof in Berlin-Neukölln vorbeilaufen. Dort findet sich seit 1907 der sogenannte Afrikastein. Die Innschrift auf dem Findling erinnert an die Teilnehmer des sogenannten Kolonialkrieges der Jahre 1904 bis 1907, die in dort Südwestafrika den Zitat Heldentod starben, wie es hier heißt. Der Gedenkstein wurde im Jahr 2009 um eine Tafel erweitert, die Zitat an die Opfer der deutschen Kolonialherrschaft in Namibia 1884 bis 1915, insbesondere des Kolonialkrieges von 1904 bis 1907 erinnert. Der Begriff Völkermord wurde auf Initiative des Auswärtigen Amtes verhindert. Heute, also zehn Jahre später, wäre eine solche relativierende Innschrift kaum mehr denkbar. Denn der Völkermord an den Uwa Herero und Nama gehört zu den erinnerungspolitisch brisantesten Themen der deutschen Kolonialgeschichte. Wir haben es ja auch schon mehrfach gehört gerade. Seit mehreren Jahrzehnten versuchen die Nachfahren der Opfer, die Bundesregierung zu Zugeständnissen zu bewegen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Die Benennung und Anerkennung des historischen Unrechts, eine offizielle Entschuldigung und eine auf Augenhöhe stattfindende Diskussion über die Konsequenzen, über die erinnerungspolitischen Konsequenzen des Genozids. An allen genannten Orten manifestieren sich Facetten einer relativ neuen Diskussion über den Umgang mit der deutschen Kolonialgeschichte, vor allem wenn man jetzt eher so in die breite Öffentlichkeit schaut und weniger den akademischen Diskurs betrachtet. Dabei werden ganz verschiedene Aspekte berührt. Es geht um eine angemessene Erinnerungskultur, die Anerkennung historischen Unrechts, Restitutionsforderungen, Aufarbeitung und Versöhnung. Hierin spiegelt sich keine Fachdiskussion, und das macht es, finde ich, sehr spannend, sondern eine breite öffentliche Debatte, in der um neue Geschichtsbilder gerungen wird. Hier ist natürlich eine politische Dimension eingeschrieben, denn die Beziehungen zwischen den ehemals kolonisierten Ländern sind unmittelbar betroffen. Fernabverläuft die Debatte nicht innerhalb nationaler Grenzen, sondern erfährt internationale Impulse. Man denke etwa an die Restitutionsabsichten Frankreichs oder die zahlreichen Erinnerungsinitiativen afrikanischer Staaten. Es ist eine spannende Zeit, denn, so bin ich überzeugt, wir sind Zeuginnen und Zeugen einer erinnerungspolitischen Zäsur. Dabei geht es um nichts weniger als eine Neuverortung der deutschen Kolonialgeschichte im nationalen und vor allem internationalen Geschichtsbild. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bürger, für diesen spannenden Einblick. Ich denke, alle, die wir hin und wieder doch nach Berlin kommen, werden Berlin oder die Berliner Museumslandschaft noch mal mit ganz anderen Augen wahrnehmen. Und besonders gespannt bin ich natürlich, wenn das Zoom-Board-Forum dann für die Allgemeinheit zugänglich ist, in welcher Art und Weise am Ende die Objekte dort präsentiert werden. Also ich habe darüber noch nichts gehört und bin sehr, sehr gespannt. Last but not least, Professor Andreas Eckert vom Institut für Asien- und Afrika-Wissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bin jetzt sehr gespannt quasi auf Ihre Perspektive, die Sie ergänzend zu den anderen noch einnehmen können und vor allen Dingen auf die drei Thesen, die Sie daraus entwickelt und mitgebracht haben. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ich werde weniger Thesen aufstellen, als versuchen, drei große Aspekte anzusprechen, die vielleicht jetzt weniger zu sagen, das Lokalkolorit haben, was hier in Bezug auf Hannover und Berlin schon beigebracht wurde, sondern eher zu sagen, die großen Fragen mit ansprechen. Der erste Punkt ist die Frage, was ist eigentlich Kolonialismus? Wir sprechen heute vom kolonialen Erbe Europas in Afrika. Und Gesine hat eben schon angesprochen, dass Veteranen wie wir manchmal etwas überrascht sind über die vielen Neuentdeckungen, die die Forschung macht, weil doch die Regale sich eigentlich unter der Last der Bücher ächzen, die zu diesem Thema schon geschrieben worden ist. Und eine Essenz, wenn auch keineswegs eine einhellige Meinung, besteht heute darin, Kolonialismus weder als zivilisatorische Mission noch als Zeit des heroischen Widerstands gegen eine von außen aufgezwungene Tyrannei zu deuten, sondern vor allem als Geschichte ebenso widersprüchlicher wie vielfältiger Auseinandersetzungen, aber auch Kooperationen. Als ein Kontext, in dem Afrikaner und Afrikaner versucht haben, auch die Ressourcen zu nutzen, die der Kolonialismus brachte. Und zugleich taten sie dies immer unter der Erfahrung oder zumindest Androhung von Gewalt. Blutige Auseinandersetzungen und Gewalt sind ein zentrales Kennzeichen von Kolonialismus und können nicht weggeredet werden mit Hinweisen auf den Bau von Straßen und Schulen. Gleichwohl ist es unerlässlich, und das macht gerade die afrikanische Perspektive deutlich auf Anstrengungen von Afrikanerinnen und Afrikanern hinzuweisen, auch eigene Lebensformen, eigene Interessen mit dem Kolonialismus und gegen den Kolonialismus durchzusetzen. Also dieses eher komplexe, ambivalente Bild, das sehr stark eben nicht nur die Politik und die Absichten der Europäer, sondern auch die Interessen und die Praktiken von Afrikanerinnen und Afrikanern in den Mittelpunkt stellt, ist eigentlich ein bis heute zentraler Bestandteil der Kolonialismusforschung. Mein zweiter Punkt betrifft das Bild von Afrika. Der langjährige Korrespondent der Neuen Züricher Zeitung, Georg Brunold, hat vor 20 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Afrika gibt es nicht. Und wollte damit auf die Tatsache verweisen, dass Afrika in vielen Hinsichten der vielleicht vielfältigste Kontinent unseres Planeten ist. Gleichwohl herrscht weiterhin ein sehr essentialistisches, einheitliches Bild vor und Erklärungen, die Vielfalt und die Probleme dieses Kontinents zu beschreiben, enden oft in einer Art Tautologie. Afrika ist, was es ist, weil es Afrika ist. Und auf diese Weise versucht man durch die Zuschreibung bestimmter kultureller, essentieller Merkmale gleichzeitig Dinge zu erklären. Zudem ist das Bild sehr stark von Paternalismus, Rassismus geprägt. Ein Kontinent, dem man bestenfalls helfen kann, aber auch Afrika als erklärungsbedürftige Ausnahme, die irgendwie dem Mainstream nicht zu folgen vermag. Zwei Beispiele, die diesen Essentialismus zeigen, als vor wenigen Jahren Ebola in Teilen Westafrikas ausbrach, haben massenweise Touristen ihren Urlaub in Kenia storniert. Obwohl Kenia von Westafrika viel weiter weg ist als Westafrika von großen Teilen Europas. Ein zweiter Punkt in der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015 wurde viel über die Massengeräde, die nun vor den Toren Europa stehen. In diesem Jahr gab es mehr Flüchtlinge aus Zimbabwe in Südafrika, als Flüchtlinge insgesamt nach Europa gekommen sind. All diese Fragen oder dieses Verdrängen ist, glaube ich, wichtig, weiterhin im Blick zu haben. Ein dritter Punkt, wenn wir über Afrika sprechen, ist natürlich die ökonomische Situation, ist der Platz Afrikas in einer ökonomischen Weltordnung, ist aber auch die nicht zu leugnende fortdauernde Armut, die hohe Verschuldung, die unzureichende Infrastruktur und die Tatsache, dass der Lebensstandard im postkolonialen Afrika in vielen Staaten nur für sehr wenige Teile der Bevölkerung besser geworden ist. Das hat seit der Unabhängigkeit vor nunmehr 60 Jahren immer wieder zu einer Konstellation des gegenseitigen Vorwurfs geführt. Einige argumentieren, Afrikaner sind selber schuld, sie hatten genug Zeit, bestimmte Verheerungen des Kolonialismus zu überwinden, sind einfach nicht in der Lage, weil sie korrupt sind oder weil sie zu viele Kinder haben, die Ökonomie in Gang zu bringen. Andere beklagen, dass Kolonialismus bis heute andauert, dass neokoloniale Strukturen weiterhin sehr bestimmt für Afrikas Ökonomien sind. Einige afrikanische Intellektuelle haben in diesem Zusammenhang gar von einer zweiten Befreiung gesprochen, die notwendig sei. Diese Frage, die so dichotomisch diese beiden Positionen aufrechterhält, kann nur sozusagen durch Kleinarbeit gelöst werden. Es gibt keine einfachen Antworten. Aber vielleicht einfach einige Hinweise, die andeuten, wie kompliziert das ist und dass wir uns diesen Komplikationen stellen müssen, wenn wir Afrika oder Entwicklungen in Afrika auch erklären wollen und nicht nur essenzialistische Behauptungen aufstellen wollen. Wenn man sich in einer historischen Sequenz anschaut, haben sowohl spätkoloniale Regime als auch postkoloniale Staaten durchaus einiges an Verbesserungen erreicht. Schulausbildung, Krankenhäuser etc. Etwas, das größere Teile der Bevölkerung durchaus erreicht hat. Auch die Möglichkeit zum ersten Mal für Afrikaner und Afrikaner in qualifizierten Positionen, etwa in Verwaltung, in Schulen zu arbeiten und nicht nur als Tagelöhner. Viele argumentieren nun, der Weg in die dann folgende Krise war eng verknüpft mit einer Weltwirtschaft, die ab den 70er Jahren nicht mehr an Afrika interessiert war und vor allem auch mit dem internationalen Währungsfonds und der Weltbank, die Afrika nach der Ölkrise bestimmte Strukturen aufgezwungen haben. Vielleicht ging also das Entwicklungsprojekt nicht weit genug und Europa, das Afrika lange vor allem als Rohstofflieferanten betrachtet hatte, stellte am Ende nicht ausreichende Ressourcen zur Verfügung, um dem Kontinent eine echte Chance zu geben. Falsch, sagen andere. Afrika haben in der Nachkriegszeit von guten Marktbedingungen profitiert und habe dann sozusagen anstatt auf die Weisheit des Marktes zu reagieren, staatliche Entwicklungspolitik betrieben und damit alles im Grunde gegen die Wand gefahren. Falsch, sagen wiederum andere. Afrika habe zu sehr auf Technologie und Kapital gesetzt. Zwei Dinge, die in Afrika eben sehr teuer von außen erkauft werden mussten, weil sie zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit kaum zur Verfügung standen. Nun hatten Afrikanerinnen und Afrikaner nicht einfach die Gelegenheit, auf den Markt zu setzen, denn es gab Märkte in Afrika, reale Märkte und da saßen viele ausländische Firmen und Multinationals, die diesen Markt kontrolliert haben und kein Interesse daran hatten, autarke und wirtschaftlich starke afrikanische Nationen aufzubauen. Gleichwohl haben ihnen afrikanische Herrscher in die Hand gespielt, indem wir die schmale Schnittstelle zwischen Export von Rohstoffen und dem Interesse von ausländischen Firmen genutzt haben, um genau diese Schnittstelle zu besetzen und für sich und einige ihrer Klientel die Ressourcen abzugreifen. Dies soll nur andeuten, dass, ich bin in 20 Sekunden fertig, die Frage der Ökonomie eine enorm wichtige ist, aber eben auch eine, die besonders stark unter Stereotypen und essentiellen Gesichtspunkten leidet. Vielen Dank und sorry für die Überziehung. Vielen Dank, Herr Eckert. Für den breiten Bogen, den Sie hier noch mal gespannt haben und der die Komplexität dieses Themas noch mal deutlich unterstreicht. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht alles am heutigen Abend klären müssen, sondern dass wir auch noch einen zweiten Termin haben, den am 25. Februar. Jetzt beginnen wir gleich mit dem offiziellen Teil der Sendung Wortwechsel. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Dank sagen an unser tolles Podium, was wir heute zu Gast haben. Ihnen hier im Publikum für Ihr Erscheinen, Ihnen dort oben für Ihr Durchstehen, dem Team von Schloss Herrenhausen, den Technikern, den Keterern, meinen beiden Kollegen Mareike Rüßmann und Anorte Wetzel, die diesen Abend vorbereitet haben. Und schließlich möchte ich Sie einladen mit uns hier im Anschluss an die Diskussion draußen noch ein Getränk zu sich zu nehmen und eine Brezel zu essen und dann Fragen vielleicht, die Sie noch an den einen oder anderen Podiumsgast haben, unmittelbar zu stellen. Und jetzt freue ich mich auf René Aguilar von Deutschlandfunk Kultur. Danke für die freundliche Begrüßung. Danke für diese Statements, denen ich atemlos gefolgt bin und ich hoffe, dass das Gespräch, das wir darüber jetzt führen, mindestens so ähnlich spannend wird wie das, was ich jetzt gehört habe. Ich habe also die Ehre jetzt nochmal anfangen zu dürfen, weil das, was wir jetzt besprechen, auch im Radio gesendet wird. Genau, ich glaube nicht, dass wir uns, also ja genau, dadurch, dass es die Form eines Gesprächs hat, wird es einen anderen Charakter haben, einfach als die Statements, die wir bis jetzt gehört haben. Genau, wir diskutieren über das Thema Europas koloniales Erbe in Afrika. Ein riesiges Thema ist das Thema für die jetzt sich anschließende Stunde. Ein Thema so umfassend oder ein Feld so umfassend wie zwei ganze Kontinente und so umfassend wie vier bis fünf Jahrhunderte. Heißt, dass wir in der kommenden Stunde wahrscheinlich einfach nur so ein paar bescheidene Linien durch dieses riesige Feld ziehen werden. Ich darf also jetzt für die Leute, die hier sitzen, nochmal begrüßen ganz herzlich Gesine Krüger, Historikerin aus Zürich. Ich darf ganz herzlich begrüßen Christiane Bürger, Historikerin in Berlin. Ich begrüße Albert Guafaut, Literatur- und Kulturwissenschaftler aus Kamerun und zwar aus Westkamerun von der Universität Chiang und schließlich nicht zuletzt Andreas Eckert von der Humboldt-Universität Berlin. Herzlich willkommen Ihnen hier und herzlich willkommen natürlich auch an das Publikum, das die Leute am Radio ja nicht sehen. Also genau, riesiges Feld habe ich gesagt, umfassend vier, fünfhundert Jahre, zwei ganze Kontinente. Ich würde gerne zum Einstieg vorschlagen, über etwas sehr Konkretes zu sprechen, nämlich die Frage aufzugreifen, die Frau Bürger gerade schon in ihrem Statement angedeutet hat, wem gehört der Dino, der in Berlin ist. In Berlin im Naturkundemuseum gibt es diesen Dinosaurier, den größten, man möchte fast sagen, lebenden Dinosaurier der Welt. Der ist vor mehr als hundert Jahren um 1909 in Tansania gefunden worden, also die Knochen. Zusammengesetzt haben diese Knochen allerdings deutsche Wissenschaftler und ausgestellt ist in der deutschen Hauptstadt. Inzwischen gibt es einen Streit darum, wohin. Jedenfalls ist es so, dass der Direktor des Nationalmuseums in Tansania gerne möchte, dass der Dinosaurier zurückkehrt und nicht nur er möchte das. Der Direktor des Berliner Naturkundemuseums sieht das anders. Man verhandelt und es gibt wissenschaftlichen Austausch. Und ich würde gerne zum Einstieg von Ihnen mal so abfragen, wem gehört denn dieser Dinosaurier vielleicht, Christiane Bürger, weil Sie es aufgeworfen haben, zunächst mal Sie. Wo soll der hin, dieses große Tier? Ja, eine sehr spannende Frage. Tatsächlich gibt es ja ganz unterschiedliche Ideen, wie man mit so einem Erbe, mit so einem Dinosaurierfund umgehen kann. Interessanterweise, Sie hatten jetzt gerade schon von Streit gesprochen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht eher ein produktiver Austausch ist, der da stattfindet, auch im Berliner Naturkundemuseum. Es gibt ein sehr, sehr umfangreiches Forschungsprojekt zu dieser Tenanguru-Expedition. Insofern gibt es da erstmal ganz viel Bereitschaft, über diesen Dinosaurier zu sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass eher Mittel und Wege gefunden werden müssen, solche Dinge zu teilen. Und vielleicht darüber nachgedacht werden muss, ob eine Gips-Dinosaurier-Skelett im Berliner Naturkundemuseum nicht auch ausreichen könnte, um diesen Sensationsfund, dem Publikum weiter zugänglich zu machen. Die Knochen selbst, die ja weiterhin Gegenstand von Forschungsprojekten sind, müssen, glaube ich, der Welt gewissermaßen zugänglich gemacht werden. Denn nur so kann Forschung stattfinden. Okay. Bisschen vielen Dank. Vielleicht Herr Guafaut, Albert Guafaut. Wie ist Ihre Perspektive auf diese Frage? Also auch ohne jetzt in die Details dieser Naturkundemuseumsstreitereien vielleicht oder Verhandlungen, Austausch einzusteigen. Wie denken Sie darüber, wo ein Modell, wie dies genannte, hingehört? Ich glaube, das ist ein Paradebeispiel, wie die Sachen im Kolonialkontext nach Europa oder beziehungsweise nach Deutschland kamen. Ich kann das nicht erklären, dass Fremde, sagen wir mal Deutsche damals, im Namen der Wissenschaft oder im Namen der Politik oder im Namen der Jagd. Also das Dinosaurier ist ein Tochterstier, aber man könnte auch anstelle der Dinosaurier auch Tiere, Löwen, die damals lebendig nach Deutschland kamen in den Zoo. Das ist das Gleiche. Das gehört zur Natur. Und entweder von Jägern oder von solchen Forstungs-Expeditionen oder von Kolonialbeamten in der Zeit mit nach Deutschland kamen. Also der Kontext ist ein Unrecht-Kontext, zunächst mal. Und wenn es um Besitzverhältnisse geht, natürlich kann man einfach nicht so versagen, also das war 1909 bis heute über 100 Jahre, dass Deutschland keinen Anspruch auf dieses Objekt Kulturgut haben kann. Aber ich glaube, das muss verhandelt werden und man muss zunächst mal die Herkunftskultur fragen, wie sie dazu steht. Und wenn sie sagt, wir brauchen den Dinosaurier hier, dann glaube ich, Deutschland muss einfach mal gehorchen. Und wenn die Deutschen den Dinosaurier besitzen wollen, dann bitte in Tansania. Das bringt ein bisschen Geld für Tourismus und vielleicht kann man auch das finanzielle Loch ausfüllen. Danke, Albert Guafaud, Gesine Krüger. Das sind relativ klare Worte gewesen. Da könnte Deutschland jetzt mal gehorchen, wenn Tansania den Dino zurück möchte. Und einen anderen sehr, sehr klaren Satz finde ich, die Sammlung dieser Knochen hat stattgefunden in einem Unrechtskontext. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, der uns zu der Frage führt, gibt es ein nicht koloniales Sammeln eigentlich? Kann nicht kolonial gesammelt worden sein? Natürlich sind nicht alle Objekte geraubt, entrissen worden. Aber natürlich fand dieses koloniale Sammeln in einem Gewaltkontext statt. Und ich denke, dieser universalistische Zugriff auf die Welt und das Weltwissen, das ist Teil dieser Epoche. Und das muss weiter besprochen werden als nur durch die Rückgabe. Ich denke auch, natürlich, Deutschland soll gehorchen. Aber es gibt mehr darüber zu sprechen, wie eigentlich dieser Kontext, in dem dieser Zugriff auf das Weltwissen als etwas, als ein europäisches Recht sozusagen und ein europäischer Auftrag entwickelt worden ist. Was machen wir damit heute? Wie soll das weitergehen? Und ich denke, es knüpfen sich noch eine andere Frage an diese Rückkehrungen, an diese Rückkehr von zum Beispiel dem Dino. Was gehört denn eigentlich alles dazu? Sind das nur die Knochen? Sind das die Akten? Sind das die Dokumente? Ist das das Wissen, was generiert wurde? Die Daten, die aus diesen Knochen gewonnen worden sind? Und auch das Wissen, wie die überhaupt zusammengesetzt werden müssen, die Knochen? Ja, ich bin keine Expertin. Ich nehme an, das ist sehr kompliziert. Aber eben, an alle diese Objekte, die zurückkehren müssen, sollen oder können, knüpft sich eben sehr viel mehr an, als nur das reine Objekt. Für diese Eingangsrunde, Andreas Eckert, was glauben Sie, wem gehört der Dino? Wo sollte er hin? Sie sind auch beruflich befasst mit dem Projekt, wenn ich das richtig sehe. Ich war Teil des Projektes. Projektleiter heißt das offiziell. Was dann immer heißt, dass die Arbeit andere machen in diesem Forschungskontext. Und vielleicht noch zwei oder drei Sachen. Ich glaube, wichtig ist, die Haltung, die etwa der Direktor des Naturkundemuseums in Berlin hat, die haben ja viele in Europa, also nach dem Motto, wir verwalten, das gehört der Welt, aber wir verwalten es. Zufälligerweise wird alles oder fast alles vom Weltwissen in Europa oder Nordamerika verwaltet, was schon mal ein Problem ist. Und das führt nochmal auf die Frage, also wer, woher kommt dieser Anspruch und muss über diesen Anspruch nicht endlich mal gesprochen werden. Der zweite Punkt... Wenn ich ganz kurz eingrätschen darf, schon das, was Sie gerade beschrieben haben, interessanterweise wird so viel Weltwissen in Nordamerika und in Europa verwaltet, schon das könnte man als Unrechtskontext beschreiben, aus bestimmten Perspektiven. Natürlich. Und das ist ein Problem. Und was herrührt, unter anderem auch von dem, was Gesine kurz angedeutet hat, diese Idee, diese Vorstellung, dass Europa oder der Westen dazu berufen ist, zu sagen, dieses Wissen zu sammeln und irgendwie was damit zu tun. Also die Museumsmacher des späten 19. Jahrhunderts hatten genau diese Vision sozusagen, alles Weltwissen irgendwie zusammenzubringen, auf Teufel komm heraus, und dann da in dem Museum darüber zu arbeiten. Der zweite Punkt ist, glaube ich, aber noch wichtiger, weil auch in der Museumsdebatte fällt ja irgendwie auf, dass bis auf vielleicht einige globale Popstars aus Afrika, vor allem wieder Europäer darüber reden. Und jetzt auch darüber reden, sollen wir zurückgeben oder nicht und so weiter und so fort. Die Debatte hat auch in Tansania durchaus eine Diskussion ausgelöst darüber, können wir das eigentlich auch machen? Wollen wir das? Es gibt natürlich nicht nur den Museumsdirektor, sondern auch andere Stimmen, die jetzt nicht irgendwie gegenüber dem deutschen Museumsdirektor Speichelleckerei betreiben, aber die durchaus sagen, wir können damit im Moment gar nichts anfangen. Wir müssen auch überlegen, wie stellen wir sowas eigentlich aus? Es ist eigentlich das Museum, zu sagen, eine Form, die auch in Afrika passt. Wir haben sehr wenig Erfahrung damit. Wir müssen erst mal überlegen. Und ich glaube, diese Debatte geht in Afrika gerade los, dass nämlich auch Leute in Afrika selbst von ihrem Staat fordern. Ihr müsst jetzt endlich auch mal was tun, um eine Art von Erinnerungslandschaft überhaupt erst mal zu schaffen. Und zweitens, welche Konzepte passen da nicht? Übernehmen wir einfach die europäischen Konzepte oder müssen wir uns was völlig anderes ausdenken? Und ich glaube, dass diese Stimmen vorankommen, ist wichtiger, als jetzt zu entscheiden, zu sagen, wem gehört der Dino. Weil diese Frage kann man vielleicht juristisch beantworten. Auch das wird schwierig. Aber ansonsten kommt man da mit klaren Antworten zunächst einmal nicht weiter. Aber solange es eine Debatte darüber gibt, in der eben auch viele Stimmen auch gerade aus Afrika zu hören sind, hat dieser Dino durchaus seinen Zweck erfüllt. Also auch wenn Sie jetzt gesagt haben, man kommt mit klaren Antworten in so einer Frage nicht unbedingt weiter, habe ich auch bei Ihnen etwas sehr Klares gehört. Nämlich, dass in Afrika gerade darüber diskutiert wird, dass eine Stimme wie die des Direktors des Nationalmuseums in Tansania keineswegs die einzige ist, sondern dass viele afrikanische Zirkel diskutieren gerade, wie man über diese Frage Rückgabe an diesem Beispiel etwa eigentlich, wie man damit umgehen muss. Lassen Sie uns doch vielleicht ganz kurz mal einordnen, dass diese Dinosaurierfrage gehört in diesen großen Kontext von Diskussionen darüber, was soll man eigentlich an afrikanischen Kultur- und Naturgütern zurückgeben, was in europäischen Museen so ausgestellt ist. Debatte, die man so als Restitutionsdebatte bezeichnet und die hier ja an diesem Ort in vier Wochen nochmal ausführlicher gemacht wird. Deswegen meine Frage, wie kann man diese Rückgabedebatte insgesamt einordnen in so etwas wie Dekolonisierung? Albert Guafo hat vorhin gesagt, Dekolonisierung ist wichtig. Ich habe den Eindruck, dass das auf dem Podium so eine Art von Konsens ist. Was für eine Rolle spielt Restitution dabei? Herr Eckert vielleicht. Also ich muss sagen, andere waren auch erstaunt, ich auch, dass nun ausgerechnet diese Debatte um die Objekte auf einmal wieder ein Boom oder eine sehr intensive Diskussion etwa gerade in Deutschland über koloniale Vergangenheit ausgelöst hat. Also nochmal, wir haben ja schon irgendwie mit Helmut Blei seit 50, 60 Jahren über deutschen Kolonialismus diskutiert. Und gleichwohl waren diese Objekte offenbar die Zündung, die nochmal grundsätzlichere Fragen ausgelöst hat. Wie stark ist Deutschland weiterhin vom Kolonialismus geprägt? Gab es auch einen Kolonialismus ohne Kolonien in Deutschland? Wie stark sind wir weiterhin verantwortlich für diese Dinge? Diese Fragen sind ja interessanterweise über diese Objekte ausgelöst worden. Und auf afrikanischer Seite, wenn man mit dortigen Kollegen spricht, kommt auch der Punkt, das ist vielleicht ein Anknüpfungspunkt, wo wir nochmal darüber sprechen können, wie wir eigentlich jetzt gemeinsam an diese Sachen herangehen. Das kann auch was anderes sein, aber offenbar eignen sich diese Objekte besser als andere, vielleicht auch abstraktere Themen dazu, ganz konkret zu sagen, was ist unsere gemeinsame Geschichte, wie gehen wir damit um? Und wann auch muss die Politik ins Spiel kommen? Die afrikanischen Kollegen sagen jetzt, okay, wir haben unseren Teil getan, wir haben die Debatte sozusagen auch nach Europa gebracht und geprägt, jetzt müsst ihr ran. Ich glaube, das ist sozusagen ein Anlass, nochmal die, wenn man so, das klingt immer so ein bisschen harmlos, die gemeinsame europäisch-afrikanische Geschichte rekapitulieren will, ist das, glaube ich, einfach ein Anlass, der dazu angetan ist, nochmal in die Vollen zu gehen. Und das, was lange Zeit eher en passant im Elfenbeinturm der Wissenschaft oder vielleicht bei einigen politischen Aktivisten temporär praktiziert wurde, in eine breitere Diskussion zu überführen. Also die Frage nach der Rückgabe der Objekte eher so eine Art von Vehikel oder so, oder Anlass, um größere Fragen aufzuwerfen. Sehen Sie das, Christiane Bürger, so ähnlich? Ja, ich finde es ganz spannend, diesen Begriff auch sich nochmal genauer anzuschauen, denn der beinhaltet ja schon, dass man anerkennt, dass die Objekte unrechtmäßig in Europa sind und dass sie an den ursprünglichen Eigentümer oder die Eigentümerin zurückgegeben werden sollen. Deshalb finde ich das eigentlich ganz spannend, dass wir über Restitution sprechen. Und ich glaube, für das breite Publikum werden solche Diskussionen vielleicht tatsächlich auch anschaulich, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es um solche Objekte geht. Und ich denke auch, dass die Diskussion um das Humboldt-Forum hier eine große Rolle gespielt hat, weil er auf einmal an einzelnen Objekten oder an dieser Diskussion um das Humboldt-Forum sich diese Diskussion nochmal entzünden konnte. Und ich finde das sehr zu begrüßen. Es ist eigentlich egal, finde ich, was der Ausgangspunkt ist, um ins Gespräch über diese Unrechtmäßigkeit zu kommen. Die Diskussion um das Humboldt-Forum ist ganz sicher ein Kristallisationspunkt. Ein anderer wird gewesen sein, dass der französische Präsident Ende 2017 einen Bericht zu erarbeiten gebeten hat, welche Objekte wo in französischen Museen stehen und versprochen hat, also soweit es geht zu restituieren. Und die Objekte, also die erdrückende Zahl von afrikanischen Kulturgüstern lagert in europäischen Museen und Macron versprach, so gut es geht zu restituieren. Die Veröffentlichung dieses Berichts ist etwa ein Jahr her und geschehen ist noch nicht allzu viel, muss man sagen, ein Jahr später. Gesine Krüger, welche Rolle aus Ihrer Sicht spielt diese Debatte für die Kolonisierung insgesamt? Ich glaube, auch hier ist es interessant, sich die Geschichte der Debatte auch zu vergegenwärtigen. Zum Beispiel hat Nigeria schon in den 1970er Jahren anlässlich eines großen Kulturfestivals, ich glaube es war das Museum in Benin City, gebeten, dass jedes europäische und nordamerikanische Museum und jede Sammlung, die Benin-Bronzen besitzt, ein Stück zurückgibt. Eine unglaublich moderate Forderung, die sehr, ja also angemessen ist, schon fast beschämend, es ist eine unglaublich moderate Forderung gewesen. Wie viele Stücke sind zurückgekommen? Kein einziges, kein einziges. Und das zeigt eben auch nochmal, ah ja, in den 1970er Jahren gab es ein Museum in Benin City, was sich mit diesen Objekten beschäftigt hat und was diese wirklich eben extrem gemäßigte Forderung aufgestellt hat. Man muss wissen, dass in vielen Museen hunderte von Benin-Bronzen lagern und nicht das einzige Stück wie die Nofretete zum Beispiel zurückgegeben wird. Auch diese Debatte nach Rückgabe der Objekte, deswegen finde ich das sehr interessant, was du gesagt hast, dass diese Debatte eigentlich so ein Aufhängungspunkt ist für andere Diskussionen. Denn wann haben diese Diskussionen über Restitution, wann haben die Forderungen stattgefunden? In den 60er Jahren im Kontext der Dekolonisierung, in den 80er Jahren mit dem Scheitern des Entwicklungshilferegimes, da ist dieses Buch erschienen von Ganselmeier und, ich weiß jetzt gerade nicht, Nofretete will nach Hause. Dann kommt es wieder auf nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes und heute, warum heute? Das wäre eben eine interessante Frage. Vielleicht tatsächlich als Thema von Dekolonisierung. Ich habe neulich gelernt bei Bénédicte Savoie und Félène Sartre, die diesen Bericht angefertigt haben für Macron, dass auch die Politik in Frankreich und auch in Deutschland in den späten 70er Jahren schon fast so weit gewesen ist, viele Objekte zurückzugeben. Und dann ist offensichtlich eine Art von plötzlicher Gedächtnisverlust eingetreten. Und tatsächlich weiß man das gar nicht mehr so richtig. Albert Guafaud, wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Ist diese Debatte um die Rückgabe von Objekten so zentral oder eher so mittelinteressant? Und vor allem, was sind so Fragen, die da dranhängen, die eigentlich drängender sind? Vielleicht wirtschaftliche Fragen, vielleicht andere kulturelle Fragen? Zunächst mal, warum die Diskussion über Restitution und Kolonialgeschichte jetzt aktueller wird. Sie haben den Bericht von Bénédicte Savoie und Félène Sartre erwähnt, aber auch dieses gigantische Projekt Humboldt-Forum, also das Steuergelder bis zu 500 Millionen Frist. Aber man muss auch nicht die Zivilgesellschaft unterschätzen. Vor allem die afrikanische Diaspora, die seit den 80er Jahren oder die Initiative Schwarzer Deutschen, die da eigentlich ihren eigenen Beitrag dazu geleistet haben. Aber ich denke, soweit ich mich erinnern kann, sind die Deutschen etwa überrumpelt worden von dieser Geschichte. Denn seitdem ich mich mit der Provenienzforschung beschäftige, stelle ich einfach fest, dass bestimmte Objekte herkommen. Ja, man stellt einfach fest, dass eigentlich diese Objekte, die in Deutschland sind, auch von den Deutschen nicht bekannt sind. Also das heißt, manche Objekte liegen in den Kisten seit über 100 Jahren, die sind noch nie ausgestellt worden. Das heißt, wenn die Deutschen sagen, sie behalten das gerne, weil sie das gut schützen, dann frage ich mich, inwiefern. Und zur Frage der Restitution. Die Restitution ist eigentlich ein juristisches Wort. Wenn man etwas restituiert, heißt, dass man etwas unrechtmäßig besessen hat. Und wenn man das restituiert, gibt es Grundgewünschen nach europäischem Recht. Aber ich denke, die Restitution ist eigentlich noch tiefgreifender. Denn es sind manche Sachen, die man nicht restituieren kann. Man hat nicht nur in dem Kolonialsystem materielle Werte weggenommen, sondern auch immaterielle. Zum Beispiel bei bestimmten Ritualobjekten. Die Deutschen haben nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen, wo es Raubzüge gab oder Strafexpeditionen gab, Sachen mit Gewalt weggenommen. Und das hat angefangen mit menschlichen Überresten, über Herrschaftsinsignien. Denn wenn man sich über den anderen lustig machen sollte, musste man seine Stolzgegenstände, die seinen Stolz auszeichneten, wegnehmen, wie Thron oder manche Wertsachen, die in dem Palast gefunden sind, waren. Aber auch die Religion. Also die Spiritualität gehört zum Fundament einer Identität. Wenn Objekte, die diese Spiritualität für Sinn belichten, eigentlich weggenommen sind, entsteht eine Säsur. Und da sehe ich eigentlich den Wert der Restitutionsdebatte. Es geht von mir aus nicht um alle Objekte, die da in den Museen liegen, sondern bestimmte Objekte, die mit dieser Spiritualität, mit den kulturellen Bedeutungen in den Herkunftsgesellschaften zu tun haben, die hier weggenommen, also für manche in ihrem Komma sind. Denn sie sind in den Kisten, in den Kühlschränken, in den Kühlhäusern. Und eigentlich der Geist ist im artifiziellen Leben. Diese Objekte müssen prioritär für mich zurückgeführt werden. Und das ist eigentlich eine Herausforderung, die angestellt werden soll. Also vor allem Objekte, die hier in Europa in komischen Kontexten sind, in denen sie eigentlich gar nichts bedeuten, im Gegensatz zu ihren Herkunftsländern. Ja, und das ist die große Frage. Wir haben, es gibt einen Begriff hier, Kunst. Die Kunst, etwas, das einmalig ist. Aber für manche Objekte, also vor allem Kühlobjekte, da waren lebende Objekte, die im Freien zugänglich sind oder in, sagen wir mal, in sakralen Wäldern aufbewahrt worden sind. Sie sind jetzt in den Kisten oder in den Schränken eingebracht worden. Und ich frage mich, wozu? Und das entspricht nicht unserem Verständnis von diesen Objekten, die vor allem für ihre Funktion hergestellt worden sind. Das waren Sachen, die von einem Auftraggeber nur einmalig gemacht worden sind und für einen bestimmten Zweck. Und dieser Zweck ist nicht mehr erfüllt. Und deshalb denke ich, man muss über ein anderes Verständnis von solchen Objekten, also man nennt sie nicht Objekten, sondern Subjekten. Denn sie sehen eine Maske, aber hinter der Maske steht eine Symbolik, die sie nicht sehen können, weil sie nicht sehen können. Ich hätte, wenn Sie erlauben, eine ganz, ganz kurze Rückfrage, und dann noch eine und dann, bevor wir wieder ins Fließen kommen hier. Rückgabe von solchen Objekten, würden Sie das zur Dekolonisierung dazurechnen? Es ist nur ein Teilaspekt des ganzen Dekolonisierungsprozesses. Aber es muss irgendwo angefangen werden. Das ist ein Dialogprozess, das uns langfristig beschäftigen soll. Und jetzt weiß ich von Ihnen, und wir im Saal wissen es auch, dass Sie für Dekolonisierung sind. Auch Europa, sagen Sie, muss sich dekolonisieren. Und Sie sehen das auch in ganz anderen Feldern, Wissenschaft, Entwicklungshilfe. Können Sie vielleicht noch ein Feld, eine Sache, einen Aspekt sagen, der aus Ihrer Sicht besonders drängend ist unter der Überschrift Dekolonisierung? Nehmen wir zum Beispiel die Entwicklungspolitik. Ich habe den Eindruck, dass die Kongo-Konferenz setzt sich durch andere Kanäle. Also die Afrikaner sind in den Unabhängigkeiten entlassen worden. Das heißt, sie haben für ihre Unabhängigkeit nicht gekämpft. Und semantisch bedeutet das viel, was nach den Unabhängigkeiten geschehen ist. Und der Kolonialismus bestand darin, Bodenschätze mit nach Europa zu bringen und zu verarbeiten. Und dann Fertigprodukte wieder nach Afrika oder sonst wo zu bringen. Der Prozess ist immer noch da. Manche Geschäfte, die damals tätig waren, sie machen immer noch das Gleiche. Wir können die verschiedenen Industrien hier nicht erwähnen, aber manche haben andere Namen bekommen, manche sind in Bangkok gegangen, aber die Strukturen sind da. Und wenn man zum Beispiel Hilfe, die Bildungskooperation, wenn Deutschland zum Beispiel sagt, wir helfen Afrikanern, helfen in Anführungszeichen, indem wir ihnen Stipendien zur Ausbildung nach Deutschland kommen, wo sie bekommen ein Stipendium. Aber dieses Stipendium fließt, kurbelt wieder die Wirtschaft an und sie gehen wahrscheinlich mit dem Wissen, dass sie sich hier eingeeinigt haben. Warum könnte Deutschland die Strukturen nicht vor Ort bilden, damit die Leute da studieren in guten Bedingungen? Das geht einfach nicht. Aus ganz politischen Gründen. Das Zweite, wirtschaftliche oder finanzielle Hilfe. Wenn Kamerun zum Beispiel für die Afrika-Weltmeisterschaft dann Gelder für Stadien bekommt, das ist Entwicklungshilfe. Aber welche Firma übernimmt die Aufgaben? Das ist die Firma des Geberlandes. Und das Geld fliegt wieder zurück, weil mit Beton alles hier hergestellt wird. Das ist nur ein Beispiel, unter anderem. Okay. Ich sage ganz kurz, Deutschlandfunk Kultur, Wortwechsel. Wir sprechen über Europas koloniales Erbe in Afrika. Und mich interessiert von Ihnen, Gesine Krüger, Andreas Eckert, noch mal, was in Ihren Augen zentrale Felder sind für Dekolonisierung. Vielleicht Herr Eckert kurz zum Anschließen. Naja, ich will jetzt um Gottes Willen nicht wieder auf die Restitutionsfrage zurückkommen. Aber Achille Bembe hat sie ja mal verknüpft mit der Flüchtlings- oder sogenannten Flüchtlingsfrage. Also Objekte wollen wir nicht wieder hergeben, aber die Afrikaner sollen möglichst ganz schnell wieder raus aus dem Land, wenn sie überhaupt hier rein dürfen. Und man könnte zynisch argumentieren, die deutsche Regierung hat ein großes Interesse, dass Afrikaner in Afrika studieren. Und ein Teil der jetzigen Entwicklungspolitik ist ja genau die, sozusagen einige Dinge in Afrika zu schaffen, damit die Leute bloß nicht hierher kommen. Also ich glaube, die Flüchtlingsfrage, die sogenannte, ist eine ganz zentrale Frage, weil auch die Art und Weise, zu sagen, wie darüber geredet wird, welche Bilder geschaffen werden und so weiter, glaube ich, sehr deutlich zeigt, dass wir hier mit der mentalen Dekolonisation noch nicht besonders weit gekommen sind. Die zweite Frage ist die der Ökonomie. In gewisser Weise hat Afrika weiterhin die Rolle, die es in der Kolonialzeit hatte, Rohstofflieferant und auch jetzt zunehmend Müllhalde. Es gibt ja eine ganze Reihe von Untersuchungen, die sehr deutlich zeigen, die lange Geschichte von, sozusagen, Müll und anderen schmutzigen Dingen, die nach Afrika gebracht worden sind. Aber wenn wir bei der Ökonomie bleiben, es gibt da sozusagen, glaube ich, ein ganz zentrales Problem. Können Sie das mit der Müllhalde ein bisschen konkretisieren, weil ich nicht sicher bin, ob das plastisch genug allen vor Augen steht, was da gemeint ist? Also, die Müllhalden kann man sich auch, das ist auch nicht irgendwie metaphorisch, sondern wenn Sie in bestimmte Regionen gehen, etwa in die Nähe von Akra, finden Sie sozusagen riesige Müllberge, das finden Sie auch in Nigeria, wo sozusagen Müll, und zwar alle Arten von Müll, auch sehr giftiger Müll entsorgt worden ist. Mit entsprechenden Gerüchen auch. Unter anderem, ja. Und ich meine, die giftigsten Sachen riecht man ja nicht. Also, von daher ist das sozusagen jetzt nicht nur metaphorisch, sondern es ist tatsächlich ein nicht unbeträglicher Teil sozusagen auch einer Politik gewesen, die eben unseren Dreck dort abgelagert hat. Ökonomisch ist die größte Herausforderung, dass Afrika ja im Moment wieder sehr beliebt ist, weil es viele Ressourcen hat. Es gibt die große Sorge, die Chinesen greifen das irgendwie alles ab. Ein großes Problem aus afrikanischer Sicht ist, dass ein Großteil dieser Ressourcen und die Art und Weise, wie sie abgebaut werden, etwa keine Arbeitsplätze schafft. Und die hohen Wachstumsraten, von denen dann die Wirtschaftsteile der Zeitungen schwärmen, nicht sozusagen sich niederschlagen in Arbeit. Ich meine, in Nigeria hat fantastische Wachstumsraten, oder hatte sie eine ganze Zeit lang. Aber in der Ölindustrie arbeiten kaum Leute. Und zu sagen, die Öl-Extrahierung wird von einigen wenigen Fachleuten gemacht und einige wenige Fachleute überwachen das dann. Also ich glaube, hier liegen die großen Herausforderungen. Und solange es keine Bereitschaft gibt, diese Dinge grundsätzlich zu ändern, sind wir auch von einer Dekonisation weit entfernt. Letztes Beispiel, die Zutaten für unsere Handys, die im Kongo bekanntermaßen unter schrecklichsten Bedingungen gewonnen werden. Solange das nicht grundsätzlich geändert wird, das hätte den Effekt, dass unsere schönen Handys dann eine ganze Stange mehr Geld kosten, wenn die Leute dort ordentlich bezahlt würden. Solange diese Fragen nicht grundsätzlich diskutiert werden, können wir lange über irgendwelche Formen von Dekolonisierung reden. Das sind sozusagen Punkte, auf die es ankommt. Und da sehe ich im Gegensatz zu einigen kulturellen Debatten bisher noch sehr wenig Bewegung. Auch hier eine Rückfrage, Herr Eckert. Sie können gerne, Frau Krüger, Frau Bürger, gleich noch auch auf diese Rückfrage eingehen. Gerade was diese wirtschaftlichen Asymmetrien und wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Spiralen angeht, gibt es ja auch einen sehr verbreiteten Einwand, den ich jetzt mal richtig stammtischmäßig verkürze. Die afrikanischen Länder sind überwiegend um 1960 unabhängig geworden und haben viele Jahrzehnte jetzt Zeit gehabt, eigentlich ihre Volkswirtschaften in den Gang zu bringen, gesponsert von europäischer Entwicklungshilfe und kriegen es nicht hin. Das ist jetzt genug. Es kann nicht mehr am europäischen Kolonialismus liegen. Wie stellt sich das aus der Sicht des Historikers dar? Ich habe das in meinem Eingangsstatement ja schon versucht anzudeuten, dass die Frage sehr viel komplizierter ist. Die Frage ist, es gibt sozusagen keine einfache Erklärung, aber Ihre sozusagen Stammtischthese beruht ja irgendwie auf der Idee, dass afrikanische Staaten 1960 praktisch bei null angefangen hätten, Superstaatbedingungen sozusagen. Sie haben sozusagen die Unabhängigkeit begonnen in einem ökonomischen Kontext, in dem es kaum Infrastruktur gab. Die Infrastruktur nur ausgerichtet auf den Export von Rohstoffen nach Europa. Es gab kaum oder sehr wenig Industrie und die Industrie war sehr stark kontrolliert und sie blieb es weiter von ausländischen und internationalen Konglomeraten. Große Projekte wie Staudamm, das waren also die beliebtesten Projekte damals, um sozusagen eine eigene Industrialisierung hinzubekommen, waren finanziell und teils auch technologisch abhängig von außen, weil es in Afrika weder die Technologie, geschweigen das Kapital gab, sozusagen diese Dinge hinzustellen. Von daher war der Staat von Anfang an eingebunden in ein Komplex, in dem sozusagen viele andere Interessen, die nicht darauf hinaus liefen, sozusagen autarke, wirtschaftlich kräftige afrikanische Staaten zu schaffen, waren. Und natürlich gleichwohl gab es eine Reihe von Eliten, die die Situation für sich ausgenutzt haben, die diese enge Schnittstelle zwischen Exportprodukten und einem Bedarf von außen gleichsam gemanagt haben und für sich und ihre Klientel eben genug abgegriffen haben oder versucht haben abzugreifen, um ihre Herrschaft zu sichern. Von daher ist die Frage nicht zu beantworten, na, die hätten jetzt mal, langsam haben sie mal genug Zeit gehabt, sondern da muss man sich schon sozusagen in die Komplexitäten einlassen. Und da wird es dann sehr schwierig, immer genau zu benennen, der IWF ist schuld, die Weltbank ist schuld, die afrikanischen Herrscher sind schuld oder die Afrikaner, die irgendwie nicht in der Lage sind, richtig zu arbeiten, sind schuld. Sondern da sozusagen kommt es dann auch sehr auf den spezifischen Kontext an. Und wenn wir nicht die Mühe machen, uns den anzuschauen, bleiben wir eben genau bei den Stammtischparolen hängen. Ich möchte genau da anknüpfen. Ich glaube, Dekolonisierung bedeutet keine einfachen Antworten aus der Vogelperspektive oder vom Feldherrenhügel, wenn man so möchte, zu geben. Sondern es geht darum, Fragen zu stellen, die auch wirklich antworten wollen. Und solche Fragen wie, warum ist alles so schlimm oder warum geht es nicht voran? Das sind Fragen, die einfach keine Antwort wissen möchten. Und in diesem Kontext möchte ich an die großartige Schriftstellerin Shimamanda Adichie erinnern, die geschrieben hat von The Danger of a Single Story, der Gefahr einer einfachen, einer eingleisigen Geschichte. Das kann man im Internet anhören, das kann man lesen. Ich kann das nur sehr empfehlen. Kann man übrigens auf der Website des Deutschlandfonds. Oh, wunderbar. Bravo. Und das bedeutet meines Erachtens, dass es darum geht, Zeit und Muße auch Afrika zu widmen. Zeit und Muße und nicht dringliche, schnelle Lösungen. Christiane Bürger, also wie sehen Sie das? Also hat Afrika, haben afrikanische Staaten genügend Zeit gehabt, um selbst auf die Beine zu kommen? Oder inwiefern ist diese Frage seltsam? Also ich möchte hier vielleicht gleich nochmal anschließen, dass wir jetzt ja gerade schon wieder ein sehr negatives Narrativ hier auch reproduzieren ein Stück weit. Und dass das vielleicht auch eine Gefahr ist, dass wir, wenn wir über Afrika sprechen, Afrika gleich wieder problematisieren und andere Aspekte auch jetzt in unserer Diskussion hier ein Stück weit ausblenden. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit oder ein wichtiger Zugriff, andere Seiten Afrikas oder des afrikanischen Kontinents auch ins Gespräch zu bringen. Sagen Sie mal ein Beispiel. Also wenn man sich beispielsweise Kunst, Kultur anschaut, also was wir jetzt auch in den letzten Jahren nach Europa geschwappt ist beispielsweise, würde ich sagen, gibt es einen ganz produktiven Austausch auch. Und dieses Narrativ von das arme Afrika, da tut sich nichts und das ist bemitleidenswert. Das stimmt so vielleicht nicht mehr in allen Bereichen und vor allem nicht für jedes afrikanische Land. Andere Beispiele sind aber zum Beispiel auch wirtschaftliche Projekte, also zum Beispiel Aufforstungsprojekte, Projekte, die alte Landwirtschaftsmethoden sozusagen wiederentdecken, wiederpropagieren. Also es sind nicht nur die Bereiche Kunst und Kultur. Gleichwohl, das sehe ich alles ein. Und ich wäre der Letzte, der irgendwie keine positiven Nachrichten aus Afrika hören möchte. Aber ich glaube, man muss da manchmal aufpassen, weil es gibt dann, und das ist leider gerade im Kontext Kultur, es gibt dann immer, alles ist furchtbar kreativ. Also mir ist das aufgefallen bei diesen Debatten um afrikanische Großstädte. Also Johannesburg und Lagos waren sozusagen vibrierende, kulturelle Metropolen. Sind sie einerseits sicherlich auch. Davon profitieren aber immer nur sozusagen sehr kleine Gruppen, auch lokal. Es ist sehr stark auch sozusagen eine Sicht von außen, die auf einmal sozusagen entdeckt hat, dass es da sowas auch gibt wie vibrierende Kultur. Und gerade sozusagen das soziale Elend, die ökonomischen Krisen, die politischen Probleme solcher Großstädte, bleiben denn bei solchen Bildern weg. Und wie gesagt, es geht nicht darum, Afro-Pessimismus zu verbreiten, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, diese Probleme anzusprechen. Nicht im Sinne von, oh, Afrika geht schlecht, aber auch im Sinne von, das sind Probleme, an die wir ran müssen und an denen viele afrikanische Politikerinnen, Politiker, Aktivistinnen, Vertreterinnen von Zivilgesellschaft auch dran sind, die aber teilweise sehr viel weniger Gehör finden als Produzenten oder Produzierende vielleicht von einer bestimmten Kultur, die hier gut ankommt. Es könnte ja auch sein, dass einer der Gründe dafür, dass wir hier jetzt auch über Probleme reden, darin liegt, dass wir über Kolonialismus reden. Und möglicherweise hat er nicht nur gute Folgen gehabt. Herr Guafaut, wenn Sie aus Ihrer Perspektive Chiang, West-Kamerun, die Frage nach dem kolonialen Erbe dort, also Europas kolonialem Erbe dort, eine ehemalige deutsche und französische Kolonie, denken, was fällt Ihnen da ein? Was ist die koloniale Erbschaft dort? Also fangen wir zunächst mal mit dem Namen an. Chiang. Das ist D-S-C-H-A-N. Das ist die deutsche Orthographie. Verstehen Sie? Chiang war eine Militärstation. Also kein J, sondern D-S-C-H. D-S-C-H. Chiang heißt es. Aber es heißt Zang in der einheimischen Sprache. Also die Mythologie sagt, der deutsche Militär- oder Kolonialbeamte kam und sah an einem Fluss zwei Leute, die sich zanken. Und hat dann gefragt, also was ist los hier? Und die Einheimischen haben gesagt, sie zanken sich. Zang, zang, zang. Und dann hat er einfach auf seiner Karte Chiang. Wir sind in Chiang. Ich muss noch mal rückfragen, ist das eine verbürgte Geschichte oder Legende? Nee, das ist die Geschichte, D-S-C-H. Aber ich wollte nur sagen, dass die deutsche Kolonialvergangenheit in Chiang präsent ist. Ich habe selber mit Unterstützung der Alexander von Humboldt-Stiftung ein dreijähriges Projekt über die Kolonialverbindungen zwischen dem Grasland im Allgemeinen und dem metaphorischen Rheinland geführt. Und wir haben sogar eine interaktive Karte, die zeigt, welche Forschungsreisenden von Düsseldorf aus nach Chiang und umgekehrt. Aber ich wollte, die Uni selbst ist eine kolonial, deutsche koloniale Gründung. Das ist die ehemalige Ackerbauschule. Und diese Schule sollte eigentlich in der Zeit Vierzug betreiben. Wir haben Vierzugstationen, die Vierzugstation von Jutsitsa, die immer noch da ist mit alten Gebäuden. Und sie sollten dann die Deutschen an der Küste mit Protein versorgen, aber auch mit Gemüse und allen Sorten Nahrungsmitteln. Leider ist das Projekt nicht zu Ende gekommen, weil nach sieben Jahren eigentlich Deutschland das Land verlassen müsste. Und aus Ihrer Sicht ist die deutsche Phase der Kolonialherrschaft in Kamerun die entscheidendere oder prägendere oder ist das mehr als diese wenigen Jahrzehnte, die Deutschland dort geherrscht hat? Ich glaube, auch in den einheimischen Sprachen heute gibt es Wörter, die an der Deutschen wie Schwein. Du bist ein Schwein. Und sogar die Chiang-Leute, man nennt die, also es gibt auch Stereotype, die entwickelt worden sind, die aus dieser Zeit kommen. Also die, wenn man einen aus Chiang schimpfen möchte, sagen die, sie sind, sie haben einen weißen Bauch. Das heißt, sie haben Fett am Bauch, weil die ersten Tiere, die gezüchtet waren, Schweine waren. Und dann gibt es auch das Schimpfwort Kartoffeln, Kartoffelfresser, weil die Deutschen damals Kartoffeln mitgebracht haben, in ihren Versuppen. Also solche Geschichten gibt es ja. Und ich muss auch sagen, dass die deutsche Kolonialgeschichte auch in Kamerun vertreten worden ist, weil als die Franzosen kamen, haben eigentlich alle Hauptstädte, fast alle, wurde Stationsleiter umbenannt und verlegt, sodass die deutsche Geschichte einfach so durch eine neue ersetzt worden ist, mit einem neuen Schulsystem. Aber auch die Engländer auf ihrer Seite haben auch das Gleiche gemacht wie heute. Wir haben heute in Kamerun zur Zeit, ich würde das nicht als Bürgerkrieg nennen, aber das ist ein Krieg vom Gedächtnisschwung, weil diese Geschichte eigentlich nicht aufgearbeitet worden ist. Für den anglophonen Teil fängt die deutsche Geschichte, ihre Geschichte 1922. Und das stimmt auch nicht, weil sie ihre Hirnagenda haben. und für den frankophonen Teil 1933, auch die kamerunische Nationalliteratur fängt mit Mongobitsi an. Also man vergisst total, dass dieses Land eigentlich eine Sammlung von Plantagen gewesen ist, das von Deutschen geschafft worden ist. Und das auch in diesem Raum auch eine Literatur gegeben hat, die von Kamerunern geschrieben worden ist, die auch zur Nationalliteratur gehören muss, weil eigentlich die deutschen Historiker, die an dieser Zeit, über diese Zeit gearbeitet haben, über Ex-en-Provence dann die Quellen haben wollen, weil die übersetzt worden sind. Sie hatten keine Sprachbarriere. Die Germanisten in Zusammenarbeit mit den Geschichtswissenschaftlern fangen erst jetzt an, nochmal diese Geschichte gegen den Strich zu lesen. Ich würde ganz gerne extrem kurz unüblich von Moderatoren eine Anekdote ergänzen. Wenn meine Redakteur die rausschneiden möchte, kann ich die rausschneiden. Es schließt sich eine Frage an die Historiker auf dem Podium an. In Togo, ebenfalls eine ehemalige deutsche Kolonie, sind vor der Unabhängigkeit 1960 Schüler als Strafe serienmäßig geschlagen worden. Es gab für verschiedene Übertretungen, die Schülerinnen und Schüler machen konnten, so eine bestimmte Zahl von Schlägen, die verabreicht worden sind, 15, 20, 10. Und jedes Mal ist ein Schlag noch ergänzt worden, und zwar von französischen Lehrern, nach der deutschen Kolonialzeit ergänzt worden mit dem Spruch One for Kaiser. Die Anekdote kenne ich von meinem Vater, gegangen 38 und der ist aus Togo nach Deutschland ausgewandert und für mich ist immer ein Rätsel gewesen, wie französische Lehrer in der Tradition deutscher Lehrer mit dem auf den deutschen Kaiser sich beziehenden auf englisch artikulierten Spruch One for Kaiser togolesische Kinder erzählen, zu erziehen versuchen oder züchtigen. Meine Frage an die Historiker ist, die sich anschließt eigentlich an die verschiedenen Geschichten, wie bedeutend ist dieses Deutschland dort als Kolonialmacht gewesen, zum Beispiel in Togo, zum Beispiel in Kamerun? Gut, erstmal zeigt, glaube ich, ihre Geschichte, dass Kolonialismus ein bei aller Konkurrenz gemeinsames europäisches Projekt war und in vielen Dingen war man sich einig, zum Beispiel dass Prügelstrafen sehr angemessen sind. Zum Zweiten würde ich sagen, dass es sehr schwer ist, genau zu sagen, wie wichtig war die deutsche Periode, was hat überlebt. Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, in vielen Regionen war Deutschland die erste Kolonialmacht in Kamerun, Togo, Namibia und Tansania etc. und hat dort eben Dinge geprägt, die jetzt im Grunde charakteristisch waren für die meisten Kolonien mit besonderen Spezifika und ich glaube, deshalb hat Deutschland in diesen Regionen die Grundlagen, oft die negativen Grundlagen, für eine Entwicklung gelegt. Diese Erinnerung daran ist dann oft überlagert worden, natürlich durch die nachfolgenden Kolonialmächte mit dem Effekt, oft dem ironischen Effekt, dass teilweise die deutsche Zeit verklärt worden ist, was aber sozusagen jetzt auch nichts Besonderes ist und weniger für Deutschland oder seine kolonialen Errungenschaften spricht, als vielmehr für die Art und Weise, in der Dinge erinnert werden. Der berühmte Spruch, dass die deutschen Brücken immer noch stehen, während die Französchen schon längst zusammengebrochen sind, was man in Kamerun ständig hörte, aber das war auch glaube ich eher, um dann dem deutschen Besucher irgendwie was Nettes zu sagen. Das erinnert auf absurde Weise an den Spruch, aber die Autobahnen waren in Ordnung. Ich glaube sozusagen, da sollten wir so ein bisschen vorschlagen. Es geht glaube ich auch weniger darum, jetzt heraus zu destillieren, wie wichtig sozusagen die deutsche Kolonialerchaft war im Vergleich zu den anderen. Wichtig ist, dass Deutschland Teil eines kolonialen Projektes war, das ein gemeinsames europäisches oder sogar nordatlantisches Projekt war und in dem hat Deutschland eine bestimmte Rolle übernommen, auch davon profitiert, als es formal keine Kolonien mehr hatte. Ich glaube, dass diese Perspektive führt am Ende weiter und zu produktiveren Fragen, als es genau wissen zu wollen, wie wichtig war denn Deutschland im Vergleich zu anderen. Ich frage auch deshalb, Gesine Krüger, weil nicht nur am Stammtisch, sondern auch von akademischen Exzellenzen immer wieder betont wird, Deutschland habe ja nur knapp drei Jahrzehnte, Kolonien besessen und deswegen sei dessen Rolle nicht so wichtig. Wie sehen Sie das? Ich möchte noch kurz in der Bildungsinstitution bleiben, aber nicht in der Schule, sondern in der Universität. Wenn wir hören, die Universitäten waren deutsche oder koloniale Gründungen, heißt dann die Kolonisierung diese Unis abzuschaffen oder wir können auch auf die afrikanische Geschichte verweisen und sagen, es gibt natürlich vorkoloniale Universitäten und Timbuktu ist nur ein Stichwort hierbei. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, den Universalismus zu dekolonisieren und Universalismus nicht nur europäisch zu denken, als europäische Idee, sondern Universalismus von diesem Partikularen zu befreien. Denn ich glaube, Andreas Eckert hat vorhin von den afrikanischen Intellektuellen gesprochen, die sich auf französische, englische, amerikanische, deutsche Denker, auf Philosophen beziehen, die einen eigenen Lebensstil, eigene Projekte verfolgen. Und ich glaube, es hat wenig Sinn zu sagen, das ist kolonial, das ist nicht kolonial, sondern wirklich zu sehen, was gehört uns allen und was hat Afrika eben zum Beispiel beigetragen zur Aufklärung, zu universalistischen Ideen, zu Ideen von Emanzipation. Die andere Frage, Deutschland war nur 30 Jahre lang kolonial, macht ja, was heißt nur, das ist eine Generation, man könnte sagen, das ist kurz, aber danach waren ja die ehemaligen deutschen Kolonien nicht dekolonisiert, sondern es folgten andere Kolonialherren. Wenn man dann sagt, die deutsche Kolonialzeit war kurz, was heißt das dann? Also nicht so schlimm, NS-Zeit war nur wie viele Jahre, ich denke so Tausend. Ja, richtig, oder ein Vogelschiss, ja. Also ich glaube, diese zeitliche Dimension, die, das kommt darauf an, von wem her denkt man, denken wir von heute her, denken wir von Deutschland her, denken wir von den afrikanischen Kolonien her, ich würde sagen, es war eine kurze lange Zeit. Eine Rückfrage vor einer Schlussrunde. Sie haben gesagt, man müsste den Universalismus dekolonisieren und, wenn ich das richtig verstanden habe, den Universalismus von seinem Partikularismus befreien. Richtig verstanden? Ja. Also akustisch zumindest. Ja. Und vielleicht kann man das ein bisschen konkretisieren, weil wenn ich mir das jetzt so auf Deutsch versuche zu übersetzen, dann sind universalistische Blicke auf die Welt, gehen ja davon aus, dass man die ganze Welt in den Blick nimmt und nicht nur einen Teil, wie der Partikularismus das tut. Wieso ist der Universalismus in Ihren Augen partikular und guckt aus europäischer Sicht nur auf die Welt? Weil zum Beispiel gesagt wird, die Europäer bringen das Alphabet nach Afrika. Das ist eine europäische Errungenschaft. Die Afrikaner werden alphabetisiert, literalisiert und schreiben dann in europäischen Sprachen. Man kann das aber auch ganz anders sehen. Man kann sagen, Symbolsysteme, Zeichensysteme, das ist Teil von jeder menschlichen Kultur. Und interessanterweise die Missionare, die das Interesse hatten, dass die afrikanischen Christen die Heilige Schrift in ihren eigenen Sprachen lesen, die protestantischen Missionare, die hatten ein großes Interesse daran, die Bibel zu übersetzen. Und viele afrikanische Männer, Frauen, Kinder waren völlig fasziniert und fanden das wundervoll, lesen und zu schreiben in lateinischen Buchstaben. Da ist sehr schnell eine Alltagsschriftlichkeit entstanden, es ist Literatur entstanden und das jetzt sozusagen als Kolonialprojekt, als Zeichnen, schneidet glaube ich etwas ab von afrikanischer Geschichte und von etwas, was sozusagen uns alle verbindet. Also tatsächlich etwas Universalistisches nachzudenken, zu philosophieren, künstlerischen Ausdruck zu finden, Projekte, politische Projekte in Gemeinschaften zu entwickeln und so weiter. Das ist nicht europäisch oder afrikanisch oder lateinamerikanisch oder asiatisch und in dem Sinne denke ich, dass wir schauen müssen, ob zum Beispiel solche Ideen, die eben auch mit Missionen und zum Teil sogar mit dem Kolonialismus nicht kamen, ob man nicht diese Ideen behalten kann, aber sie sozusagen dekolonisieren, also Ideen von Emanzipation und Freiheit zum Beispiel. Für Schlussrunde würde ich vorschlagen, dieses Dekolonisierungsprojekt vielleicht mal entweder sehr abstrakt nochmal kurz anzusprechen, man muss den Universalismus partikularisieren oder irgendwas sehr, sehr Konkretes. Christiane Bürger, ich weiß, dass Sie in Berlin leben, habe ich gerade gelernt und vielleicht kennen Sie in der deutschen Hauptstadt Projekte, die Sie weitererzählen mögen, die was mit Dekolonisierung zu tun haben. Ja, also spontan fällt mir ein, diese Umbenennungspraxis im sogenannten afrikanischen Viertel, die jetzt gerade umgesetzt wird. Ganz spannendes Projekt, seit einer Dekade wird darüber gestritten, ob Plätze und Straßennamen, die an den Kolonialismus erinnern, mit neuen Namen bezeichnet werden sollen und das passiert gerade tatsächlich, wurde aber nicht nur in der Politik gestritten, sondern auch in der Anwohnerschaft ist das politische Correctness oder brauchen wir das tatsächlich? Ganz interessant. Ich glaube, dass solche Projekte auch was darüber aussagen oder uns noch mal darauf hinweisen können, dass dieser Kolonialismus eben keine Einbahnstraße war, sondern dass es auch immer darum geht, noch diese wechselseitigen Einflüsse in den Blick zu bekommen haben und für mich ist das gerade eine ganz spannende Zeit, weil ich glaube, dass obwohl natürlich in den 60er, 70er und 80er Jahren schon ganz intensiv über Machtasymmetrien gesprochen wurde, über das Nord-Süd-Gefälle, was wir jetzt alles heute Abend schon gehört haben, ich glaube trotzdem, dass das, was wir gerade erleben, schon noch mal so eine Art Paradigmenwechsel ist und dass wir noch mal dieses Thema Erinnerungen und auch postkoloniale Machtverhältnisse noch mal ganz neu denken gerade. Andreas Eckert, Sie beschäftigen sich seit mindestens 25 Jahren, wenn nicht länger, mit Afrika und Kolonisierung. Was ist aus Ihren Augen, wenn Sie jetzt mal so eine Sache nehmen würden, die heute ein neues interessantes drängendes Dekolonisierungsprojekt ist? Ich fürchte, viele der heute drängenden Fragen waren auch schon vor 25 Jahren drängend. Und ich würde da einfach zwei vielleicht weite Ebenen unterscheiden, die eine ist und da hat es schon auch inzwischen Veränderungen gegeben, die einige vielleicht etwas herablässender als Aufstieg der Political Correctness abtun. Größere Sensibilität für alltägliche Rassismen, für Paternalismus, nicht nur in unserer Sprache, auch in unserem Tun, in unseren Haltungen. Da hat es doch, glaube ich, ein Stück weit wenigstens ein Umdenken in eine Richtung gegeben, selbst wenn es noch nicht so viele erreicht hat. Und wenn wir die ganz großen Bretter bohren wollen, Dekommunisierung hieße auch weiterhin, über eine Wirtschaftsordnung nachzudenken, die nicht so viele Menschen, von denen viele in Afrika leben, im Regen stehen lässt und null Zukunftsperspektiven verschafft. Gesine Krüger vielleicht noch ein Projekt? Oder vielleicht, ich kann auch eine richtige Frage stellen, die wäre, ehrlich gesagt, nochmal, auch Sie sind schon sehr, also über Jahrzehnte erfahren mit Fragen dieser Art. Sie kennen verschiedene Länder in Afrika, gibt es irgendwas, was im Augenblick 2020 in Ihren Augen besonders reif zu tun scheint oder drängt? Sie meinen hier in Deutschland? Von uns? Whatever works. Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich muss noch einen Moment nachdenken. Dann Albert Guafaut, was wäre ein Dekolonisierungsprojekt, das Sie uns empfehlen würden? Abstrakt oder konkret? Ich glaube, wir müssen als Wissenschaftler machen, was wir machen können, auf der Bildungsebene zunächst mal. Ich vergleiche immer die Kolonialgeschichte mit der Metapher von zwei Krokodilen in einer Lagune. Also das eine beißt den Kopf und das andere den Schwanz. Aber beide sind auf das Wasser angewiesen, weil wenn wir rausgehen, wird die Haut trocken. Das heißt, wir müssen uns dekolonisieren und heißt mental. Wir leben sozusagen unbewusst in einer Art mentalen Gefängnis. Denn wenn ich den anderen nur aufgrund seiner Hautfarbe hasse, leide ich auch darunter. Genauso wie derjenige, der sich beleidigt fühlt. Das heißt, wir müssen uns die Hand reichen und die Voraussetzung dazu ist zunächst mal das zu gestehen, was geschehen ist. Das ist die erste Voraussetzung. Das heißt, wir sagen das auf Französisch on peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Das heißt, Sachen, die wir können nicht von den Profiten der Kolonialwirtschaft leben und die Nachteile verleugnen und verdrängen. Beides gehört zusammen und müssen thematisiert werden. Ich denke, jemand, der Rassist sein will, wird immer Rassist sein. Aber ich denke auch, dass manche Leute darunter leiden, weil sie bestimmte Informationen nicht haben. Das fängt mit Lehrbüchern an. Ich habe versucht, schauen, was in den deutschen Geschichtsbüchern im Gymnasium steht. Da stelle ich fest, dass die Perspektive des Kolonialismus eigentlich nur eine Herrscherperspektive ist. Und damit helfen wir der Jugend nicht. An der Uni wird das fortgesetzt. fortgesetzt. Und manchmal frage ich mich, ich bin seit über 20 Jahren hier und wenn ich in Saarbrücken bin, treffe ich immer noch alte Professoren, die jetzt in Rente sind. Ja, sind sie wieder da? Was studieren sie noch? Sie sagen das unbewusst. Also weil im Hinterkopf steht, Afrikaner kommen hier nur zum Studieren und weiter nichts. Also genau, auch diese Geschichte kreist um das mentale Gefängnis aus dem sie uns empfehlen auszubrechen. Ich lasse das jetzt mal stehen hier so als Schlussgeschichte. Ganz herzlichen Dank Albert Guafot. Ganz herzlichen Dank Christiane Bürger. Herzlichen Dank Andreas Eckert und nicht zuletzt Gesine Krüger. Herzlichen Dank auch Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank.